ich bin hier im kreise ich brauche mal drei nigger die mitkommen ja natürlich jetzt geht ab geht's aber ich habe gestern so ein kleines streitgespräch und habe gesagt meine frau hat nirgendwo mehr einzusteigen in eine fremde karre wenn es nicht ballers sind so und jetzt hat sie gesagt zu mir ja alles klar mache ich nicht mehr dies das hatte gestern streit bis zum abwinken und jetzt sagt sie mir ich muss ich muss ja meinen besten freund vorstellen der beste freund die sind jetzt auf dem easterway mir scheißegal wer ihr bester freund ist i don't give a fuck nigger ich gehe jetzt dahin und puste den nigger um was willst du es interessiert nicht du hast den auf dem gewissen nicht ich du hast den auf dem gewissen jetzt du hast gesagt du steigst bei niemandem ein und was hast du getan du bist bei jemand eingestiegen super so positioniert in dem mother fucker jetzt irgendwo damit er nicht abhauen kann keine ahnung also sie hat irgendwie nur gesagt sie hat einen unfall gebaut war irgendwie im krankenhaus und ihr bester freund war zufällig natürlich da und gar nichts bester freund der frist ich bin ich bin ich bin mehr auf hass als alles andere gar nichts da hau mal rein jo wer bist du denn ich bin michael du bist michael michael weiter morrison michael morrison du siehst verdammt süß aus kleiner mhm ja mann brauchst du jetzt noch jemanden ouchi und ich habe irgendwie richtig bock dich gerade aufzufressen nur und warum kann ich dir ganz genau sagen sie erklärt dir den grund dafür so jetzt nimmst du deine hände hoch und läufst dann mal schön ins gebüsch mit uns